willkommen in der tiefsten nacht hier bei stationeers schön dass ihr wieder mit am start seid ich befinde mich außerhalb der station ich habe mal ein paar fackeln aufgestellt und natürlich klar noch mein licht mit an machen aber wir sparen uns einfach mal ein bisschen strom es sollte auch irgendwann mal wieder tag werden ich denke man kann genug sehen vielleicht mache ich zwischendurch mein licht auch einfach mal wieder an was will ich denn heute machen wir sind jetzt ja soweit dass eigentlich unser gewächshaus problemlos funktioniert mehr oder weniger voll automatisiert wir müssen ab und zu mal rein und die pflanzen ernten und ich will das ja noch vernünftig verarbeiten also wollte ich jetzt anfangen eine küche zu bauen oder einen raum in dem diese ganzen pflanzlichen produkte halt verarbeitet werden und das will ich genau hier machen zum einen will ich ich habe mir ein paar frames gestellt hier drüben einen wartungsschacht bauen das ist ja auch in den kommentaren schon mal angefragt worden wir haben es hinten neben der wo hänge ich denn fest neben der stationstür die wir so leicht rot leuchten sehen dahinten dann haben wir auch so eine art wartungsschacht in dem wir einfach die kabel gelegt haben also wir lassen das genau so wie es jetzt ist da wird nichts mehr geschweißt das bleibt einfach so und wir setzen außen dran einfach diese normalen wände und in der station selbst mache ich dann hier neben den schrank noch eine tür rein oder da wo der schrank ist den will ich sowieso noch umsetzen dass wir quasi auch in diesen wartungsschacht einfach reinlaufen können der bleibt dann komplett geschlossen wenn ich dann von diesem neuen raum aus rüber gehen wir haben wir drüben ja auch noch platz wenn ich hier die station erweitern will dann mache ich hier einfach einen rahmen raus und legt die ganzen kabel hier einmal unten drunter durch wir haben ja unter uns ist ja der der filter raum und das sind es auch komplette stahl rahmen also können wir den theoretisch aufmachen oder machen wir dann drei auf eins zwei drei gehen quasi hier runter unten drunter durch hier ist dann der durchgang und hier drüben wieder hoch wo von der theorie her das lässt sich relativ schnell und einfach umbauen und ja ich will zusätzlich noch einen einen gang bauen dass wir hier einfach komplett einmal durchgehen können nach hier hinten wenn wir dann da noch die station hin erweitern wollen und der rest hier drüben wird quasi dieser dieser verarbeitungsraum also haben wir wenn wir das hier weg rechnen 123 ich will noch ein zwei darüber gehen 4 dass wir hier das gewächshaus erweitern können haben wir vier mal 1 2 3 4 grob so 4 mal 4 will ich den raum groß machen ich stecke das jetzt einmal ab mit den wänden dass man das schon mal ein bisschen sehen kann ich muss dann hier irgendwo noch mal wieder eine wand weg machen dass wir eine tür rein machen können die glas wände hier oder die die fenster lasse ich da können wir auch dann in den raum rein schauen genauso hier das heißt das kann ich mir eigentlich schon mal sparen da was zu bauen jetzt baue ich quasi hier hinten einmal noch den rest zu hier fehlt noch ein rahmen den müssen wir dann noch bauen beziehungsweise können wir eigentlich gleich einsetzen wir haben ja noch genug da gehen wir gerade hier mit dem rahmen rein und dann haben wir 1 2 3 4 und dann gehen wir hier hinter 1 2 3 4 ich muss dann auch diese diese lüfte einheiten die muss ich natürlich noch umsetzen die kann ich nicht da stehen lassen die man ja dafür gedacht um gas von der atmosphäre also von dieser externen atmosphäre in den filterraum rein zu ziehen ich will außerdem noch irgendwo zwischendrin ein paar fenster einbauen also oben will ich auf jeden fall welche machen und an der seite wir könnten vielleicht gleich mal ein fenster rein nicht überall nur an ein paar stellen im dach auf jeden fall noch dass wir auch ein bisschen noch natürliches licht haben das ist nicht alles nur durch ja durch die elektrik gemacht wird dann bauen wir jetzt hier einmal noch die wände wieder zu ich gehe einfach mal davon aus dass ich auch hier hinten noch einen raum hin bauen werde deswegen spare ich mir da zumindest mal die fenster hier noch eine wand dann kommt hier wieder ein fenster hin dann kommt hier wieder die wand hin und da kommt auch eine wand hin dann haben wir schon ziemlich viel von unseren wänden verbraucht wenn ich jetzt noch nach oben gehen möchte machen wir das hier oben auch noch 1 2 und dann haben wir den raum relativ schnell schon mal abgesteckt ich baue jetzt gerade mal schnell die wände komplett auf sind wir einmal hier in dieses loch reingefallen das werde ich auch gleich mal zuschweißen und wenn ich jetzt hier oben die wände auch noch gesetzt habe dann schauen wir mal wo es sinnvoll wäre da fenster einzubauen dass wir von oben noch ein bisschen licht bekommen ich mache jetzt die räume auch zwei hoch dass das nicht ganz so ja erdrückend ist weil wenn das immer nur so eins hoch ist es ist schon es ist schon relativ eng oder das ist wirklich schon relativ eng wir können jetzt machen wir mal so 12 immer vielleicht die zwei weg dann lassen wir 12 zu und dann noch die zwei dann hätten wir ja so ein oberlicht und zwei mal zwei fenstern das heißt das heißt mal gucken ob ich das jetzt ne bauen kann ist aber abbauen kann ist nicht ohne jetpack so und jetzt hier die zwei und jetzt machen wir das fenster rein 12 prima und dann machen wir die tür wo machen wir den hin wollen wir die mitten in den raum machen oder machen wir die hier an den rand überlege gerade also direkt hier nebendran will ich es eigentlich nicht machen dass wir so ein bisschen abstand haben zu dem glas wenn wir es hier in die mitte machen würden weil ich habe auch gerade fünf gemacht irgendwie ne oder 1 2 3 4 5 naja gut dann ist es halt eben 5 mal 5 1 2 3 4 ne 5 mal 4 ist es wollen wir es wollen wir so lassen ich schau gerade mal ist schon es ist schon ein relativ großer raum ne aber gut je nachdem was wir halt alles da noch verarbeiten wollen wir lassen wir es einfach erstmal so groß wie es jetzt ist es ist ja nicht so dass wir jetzt unbedingt ein platzproblem auf dem mars hätten dann bevor wir weitermachen machen wir erstmal noch hier den boden sauber das heißt ich brauche hier meinen bohrer da ist hoffentlich noch genug saft drinnen ja gut die batterie leuchtet noch grün das sollte funktionieren dann machen wir das jetzt hier erstmal alles weg dass der boden ordentlich ist und dann können wir schon anfangen die wände erstmal zu zu machen so grob wenigstens die tür habe ich glaube ich drinnen vergessen also ich habe noch ein paar türen auf lager da muss ich jetzt gleich mal gucken aber die brauchen wir jetzt ja erstmal noch nicht es reicht ja wenn wir da nur den den platz frei machen dafür na komm nimmst du rüber da auf die sechs und dann packen wir dich wieder weg ich mache die tür jetzt einfach mal hier rein ihr könnt ja in den kommentaren mal schreiben ob ihr sie eher da hinbauen würdet oder ob ihr sie doch woanders hinbauen würdet jetzt nehme ich mir gerade mal hier so ein paar stahlplatten und schweiß mal schnell hier den boden zu 1,2 ja so ein paar lags hat das spiel immer noch ich weiß nicht wie es euch dann damit geht halt je größer die station wird desto mehr auf jeden fall es wurde ja auch ein bisschen was an dem code gemacht also ähm von der von der performance her aber es ist halt noch nicht optimal es ist aber schon es ist schon besser geworden das muss man auf jeden fall mal dazu sagen auch ist nicht so dass es äh ja komplett kacke ist also haben sie schon ordentlich was dran gemacht so machen wir jetzt hier einmal komplett außenrum die wände zu da wo die fenster sind sehen wir ist auch gleich noch offen und da haben wir zumindest tagsüber wenigstens so ein bisschen licht und es ist nicht ganz so erdrückend weil wenn das jetzt hier komplett alles zu wir müsst euch mal vorstellen äh dann wäre es schon wäre es schon arg äh düster wir müssen natürlich dann auch oben drauf noch mal wände bauen aber mir reicht es erst mal hier einen raum so weit aufzubauen da sehen wir auch wieder wo die löcher von unseren fenstern sind und dann können wir nämlich auch vernünftig hier ein bisschen vielleicht schon mal anfangen unser zeug zu verarbeiten so durch dieses fensterloch kann ich mich jetzt mal wieder runterfallen lassen scheiben habe ich noch oben auf der station irgendwo liegen dann können wir die eigentlich auch gleich mal noch holen äh so die scheiben hier muss mir echt mal irgendwie auch ein bisschen zeit nehmen und dieses dach fertig bauen ich habe ja gesagt dass ich es noch fertig bauen will aber irgendwie bin ich noch nicht so richtig dazu gekommen und wir hätten den raum soweit schon mal aufgebaut ihr seht so ein bisschen licht kommt auf jeden fall oben noch durch wir können rausschauen wir könnten quasi dann auch hier rüberschauen ins gewächshaus wenn wir das mal erweitern und ja sehen was im gewächshaus so abgeht ansonsten haben wir natürlich auch noch den blick in die station selbst das sollten wir vielleicht irgendwo auch mal noch ein paar lampen hinbauen aber da werde ich wieder stahlrahmen setzen müssen dass ich die lampen überhaupt mal mal anbauen kann ansonsten sind wir soweit jetzt hier erst mal fertig gerade mal noch ein bisschen unsere sachen sortieren haben wir unsere vier bauteile die wir jetzt aktuell verwendet haben und dann können wir wir könnten eigentlich mit den übrigen wänden die wir noch haben schon mal hergehen und hier diesen wartungsschacht bauen machen wir den gerade mal noch da hin und machen wir hier hinten zu und da machen wir auch zu aber da gehe ich erst mal rein mal gucken ob das jetzt langt das komplett zuzubauen ja doch das reicht eins lasse ich mir noch offen dass ich dann auch noch reinkommen bis ich dann diese tür eingebaut habe oh hier fehlt noch einer hier fehlt noch einer da machen wir dich gerade noch schnell zu und jetzt hier noch schnell zu machen wir brauchen dann halt oben natürlich auch noch eine decke das ist klar ich kann zumindest zum teil die schon mal bauen weil dann sind mir nämlich hier meine teile schon ausgegangen aber warum darf ich dich jetzt hier nicht bauen darf ich hier nur oben drauf bauen ja gut wahrscheinlich ja genau weil ja ist eigentlich logisch wir sind ja im endeffekt in diesem block drinnen kann ich natürlich auch nichts mehr bauen ich kann ja nur außerhalb von dem block was bauen das heißt idealerweise liegt dieser wartungsschacht dann auch im inneren von der station weil ich halt den druck nicht so gut abhalten kann weil oben das dach jetzt noch offen ist kann ich jetzt auch einfach hergehen und kann hier das fenster raus bauen das macht also nichts aus packen wir das gerade mal zu den glasscheiben hier dazu und dann können wir wobei wir müssen erstmal noch die wand hier weg bauen und wir springen einmal durch dann machen wir hier von hier innen die wand noch weg und jetzt kann ich das nämlich auch weg flexen eins zwei jetzt haben wir schon wieder zwei wände gewonnen und die stahlplatten die stehen hier und hier kommt jetzt dann quasi eine tür rein die ich hier schon hingelegt habe da machen wir auch einfach wieder eine glastür hin die aber jetzt aktuell noch keinen strom hat deswegen muss ich die noch händisch aufmachen jetzt kann man hier einmal sehen was in der küche passiert und kann theoretisch hier schon den zugang nutzen wir können auch da schon mal die glastür einbauen machen wir die auch schon mal auf und jetzt haben wir zumindest schon mal unseren raum soweit fertig was wir jetzt noch brauchen werden ein transformator ich glaube ich brauche einen kleinen transformator das war der große naja den will ich nicht das möbelstück können wir schon mal mitnehmen denn wir brauchen ja noch einen tisch und wir brauchen auch noch strom schau ich nur gerade mal ach da sind sie ja die wände die habe ich gerade gesucht weil wenn wir nämlich jetzt schon mal da sind können wir auch gleich hier noch diese dieses fehlende fenster noch mit einsetzen dann sieht es wenigstens auch von hier drinnen schon vernünftig aus dann haben wir es nämlich auf beiden seiten gesetzt was halt ein bisschen schade ist dass die tür hier durch die wand durchkommt vielleicht wird es noch geändert ich kann keine ahnung oder es ist dafür gedacht dass es zwischen zwei frames ist weil dann wird es in den frame reinfahren dann wird es keiner sehen beziehungsweise hier fährt sie auch in die wand rein aber sobald wir hier an der seite halt was offenes haben sieht man immer dass die tür durch die wand durchkommt ich meine das ist ja das ist eine kleine optik sache es ist jetzt nicht so wild ich zünde mir gerade mal noch hier so eine fackel an dass wir hier drin noch ein bisschen was sehen und ich überlege mal gerade wie wir das machen ich will vom gewächshaus her meine sachen nicht immer rübertragen müssen sondern automatisch rüber bringen lassen das würde ich dann mit diesem schacht system mit den juts machen das würde ich dann vielleicht auch so machen das gewächshaus ist hier hinten dass sie irgendwo durch die wände durchkommen dass wir dann einen sammelbereich haben vielleicht hier mal zwei und da noch zwei dass wir trotzdem noch rüber gucken können ins gewächshaus und uns das hier so ein bisschen abstecken dass wir die runterfallen lassen können weil wir können es ja noch nicht automatisch in so ein schrank system einlagern lassen es kann nur rausfallen wir haben jetzt nur noch unsere wände jetzt lass mich mal kurz überlegen es war doch es waren doch die wände ja genau ich habe ich habe gerade nach dieser railing gesucht und zwar was ich mir überlegt habe geht es hier das geht tatsächlich wenn wir jetzt weizen und sojabohnen zum beispiel trennen wollen dann lassen wir einen schacht und hier oben runter kommen lassen das hier runter fallen für weizen zum beispiel und hierfür na und hierfür sojabohnen dann kann das vielleicht auch hier vorne ein bisschen raus rollen ähm ich könnte noch ein gitter hier hin machen aber ich will ja auch noch greifen können mit dem gitter zwischendrin kann ich auf jeden fall verhindern dass die dass sie überwechseln also dass es gemischt wird aber da müssen wir mal gucken wie es wie wir es dann letztlich machen was passiert wenn wir das mit diesem schacht system hier auch reinfallen lassen ähm deswegen haben wir jetzt hier haben wir unseren unsere ankunft quasi von den ganzen gegenständen dann könnten wir hier drüben rede ich mal richtig rum hin theoretisch könnten wir da schon anfangen mit der produktion ähm ich überlege was wir vielleicht noch alles brauchen könnten müssen wir mal schauen aber das ist das wichtigste sind eigentlich unsere tische dann haben wir in der mitte noch ein bisschen platz und dann kann ich auf den tisch hier nämlich schon einmal die mikrowelle und einmal diesen bearbeiter drauf schnallen so einmal hier drauf und du kommst da drauf und jetzt noch festmachen und die mikrowelle auch noch festmachen und jetzt könnten wir schon sachen verarbeiten und in der mikrowelle zubereiten was halt fehlt ist der strom den würde ich mir dann auch von diesem schacht hier drüben kommen lassen dafür brauche ich aber den kleinen transformator und noch so ein paar starkstrom kabel ähm und da muss ich jetzt gerade noch mal hier den boden aufmachen weil ich weiß nicht mehr genau das nervt mich kennt ihr das problem ihr springt das hängt kurz das spiel und dann dann springt der irgendwo in der wand rein oder so also was ich mir jetzt hier schon anzüge kaputt gemacht habe und deswegen auch gestorben bin äh ganz ganz schlimm ganz schlimm ich hoffe dass das irgendwann noch mal ein bisschen bisschen geändert wird so da geht einmal das starkstrom kabel hier hinter dann machen wir hier eine abzweigung rüber ähm und dann rein in den wartungsschacht wenn ich jetzt hier die tür mache um rein zu gehen also mal gucken ob wir dann vielleicht von hinten noch ankommen lassen ich lege es jetzt gerade mal grob hin und zwar hier das starkstrom kabel und dann würde ich tatsächlich eigentlich hier hinten dran rein gehen in den wartungsschacht ich meine das macht ja wie gesagt alles nix weil wir sowieso die station ist noch nicht komplett geschlossen haben machen wir gerade mal auf und machen wir hier auch noch auf hier machen wir sowieso auch noch auf wegen der tür die ich noch bauen wollte dann flexen wir jetzt hier gerade mal die wände raus so und die bauen wir jetzt hier hinten gleich wieder hin ich meine das ist später ist es auch mehr oder weniger egal weil ich ja dann in der station außer jetzt vielleicht vom gewächshaus her überall dieselbe atmosphäre habe oder zumindest haben will bei dem aufzug müssen wir noch was schließen dann jetzt kann ich aber hergehen und kann das starkstrom kabel hier einmal durchlegen oder ich lege es ganz nach hinten dass ich dann wenn ich noch mehr kabel hab die nicht oben drüber legen muss wenn die noch zusätzlich rein kommen sondern dass die vorne noch platz haben und dass ich theoretisch auch vorne dann hoch gehen könnte und das an der wand lang führen könnte jetzt sind wir zumindest schon mal wieder die starkstrom kabel ausgegangen die müssen noch wenigstens bis hier hinter und dann lasse ich da noch mal was abzweigen machen transformator an lassen transformator rüber dann in unseren verarbeitungsraum in unseren küchenraum gehen da schauen wir mal wie wir das dann gleich machen jetzt gucke ich mal ob ich mir noch einen transformator einen kleinen leisten kann und da war nichts mehr drin ist hier noch irgendwas drin eisen ich will nämlich noch ein paar starkstrom kabel bauen jetzt gucken wir gerade mal schnell nach dem transformator da müsste auch irgendwo bei den kits dann dabei sein wenn ich mich recht erinnere transformator small das passt da ist nichts drin dann baue ich das ding jetzt erstmal dann baue ich schon mal ein paar starkstrom kabel einfach ist ein fabricator noch auch wenn es ein bisschen länger dauert aber es ist zumindest mal besser als jetzt hier das ganze zeug wieder umzuschmeißen in die anderen geräte ich sollte das vielleicht auch einfach mal besser aufteilen meine ganzen materialien so cable coil heavy da machen wir jetzt einfach mal was weiß ich machen wir mal 50 stück der kann ja so ein bisschen vor sich hin laufen und jetzt kann ich den transformator den könnte ich jetzt kann ich ihn hier eigentlich auch irgendwo hinhängen hier kann ich ihn nicht hinhängen und hier auch nicht hier kann ich ihn hängen weil hier noch ein frame ist ok das ist genau das was ich was ich vorhin angesprochen habe ich muss irgendwo einfach mal auch einen frame setzen um das ding anzubringen anzuschließen dann kann ich ihn wieder weg bauen ist ein bisschen schade dass es nicht einfach so an den wänden funktioniert weil wenn ich jetzt hier zum beispiel irgendwo lichter noch hin bauen will brauche ich halt auch noch mal ein frame ich würde das gerne irgendwo so auf der höhe machen von dem gewächshaus von diesem verarbeitungsraum dass es passt könnten eigentlich hier dann mal straight rüber gehen das heißt wir haben glück und können hier mit dem transformator direkt schon mal hingehen wie viel kabel habe ich denn noch auch nicht mehr so viele aber ich weiß aus dem kontrollraum noch welche liegen wenn ich jetzt hier will wir lassen dann einfach das starkstrom kabel oben drüber gehen dann lassen wir quasi das hier durch oder wir gehen mit dem starkstrom kabel hierher an die seite kommen von oben und können auf der anderen seite können wir wieder runter gehen das das geht natürlich auch ich hatte ja gerade noch die türen so tür will ich mal schauen ob ich die dann hier noch hin bauen kann erstmal nicht weil da noch ein frame hinten dran steckt wenn ich jetzt den frame auch weg baue habe ich unten drunter auf jeden fall noch einen aber der ist nicht geschweißt so wie er aussieht da haben wir das auch noch mit erledigt da kommen wir schon kommen wir schon richtig voran heute und wahrscheinlich also entweder geht es nicht weil hier direkt neben dran die tür ist das könnte ich mir das ist wahrscheinlich so egal eher das problem das heißt dann setzen wir da den frame wieder hin auf der anderen seite ich überlege gerade die frames an sich die brauche ich gar nicht wenn ich ja unten ein frame habe und die wände an der seite für was soll ich die frames hier drinnen nutzen ich kann ja solange die nicht auf der ersten stufe geschweißt sind kann ich ja ohnehin nichts dran setzen und so habe ich einen viel besseren wartungsschacht weil ich frei laufen kann ohne die ganze zeit irgendwo hängen zu bleiben dann machen wir das einfach so so ah ok damit hat sich auch das problem gelöst mit meinem mit meinem blöden schrank jetzt muss ich wieder ein bisschen aufräumen also der schrank der kann nicht einfach stehen bleiben nachdem er mal gesetzt war der platzt scheiße ok ist nicht weiter schlimm habe ich vielleicht hier noch irgendwo eine wall da ist noch eine wall dann machen wir hier gerade mal hier eine hin ich rufe mal den aufzug dann kann ich vielleicht innen drin auch gerade noch eine setzen das müssen wir mal gucken funktioniert das theoretisch ne ne und verkleiden kann ich es auch nicht das sieht dann aber auch schon irgendwie komisch aus immer dann das innere von diesem aufzugsschacht ich finde es ein bisschen komisch aber gut da ist drum dann machen wir jetzt hier noch eine wand hin und räumen hier gerade ein kleines bisschen auf jetzt muss ich nur schauen weil ich jetzt ja hier die wand die die tür hinsetzen will das wird wahrscheinlich hier jetzt nicht mehr funktionieren mit meinem starkstrom kabel also muss ich mit dem starkstrom kabel hier hinten durch kommen dann bauen wir das gerade mal wieder zurück so 1 2 na komm baust halt ab das hat es mit diesem blöden leck nicht funktioniert da gibts her und dann gehen wir jetzt auch einfach mal mit dem starkstrom kabel ich könnte es hier hinten lang führen wobei komme ich trotzdem nicht also ich werde hier noch eine kurve einbauen müssen ansonsten will ich hier eigentlich auch keine kabel mehr legen zumindest habe ich es jetzt nicht geplant kann sich natürlich immer mal noch ändern je nachdem wie wir es halt gerade brauchen jetzt gehen wir wieder hier rüber dann können wir hier um die kurve rum dagegen und dann können wir hier auch gleich schon anschließen Strom ist verbunden und er führt hier rüber in unseren wartungsschacht und in dem wartungsschacht oh die diskette die darf ich nicht verlieren in unserem wartungsschacht kann ich jetzt die tür da machen wir so eine composite door soll ja auch nicht jeder durch so jetzt können wir die hier aufmachen und dann sind wir hier in unserem wartungsschacht drin den muss ich jetzt noch schließen das heißt ich ziehe einfach hier noch die wände ein und ja ich mache ich mache hier noch eine wand zu dann haben wir quasi oben drüber noch ein bisschen Luft aber je nachdem also entweder kann ich den dann noch erweitern nach oben zwei hoch oder wir schauen mal was wir mit diesem platz den wir jetzt hier noch ein bisschen über haben dann noch anfangen hier die die seite kann ich auch noch zu machen und damit haben wir zumindestens mal das ziel was wir heute schaffen wollten auch komplett schon erreicht ich muss mir jetzt noch einen neuen platz suchen für meinen schrank den ich hier kaputt gemacht habe den werde ich aber auch nicht mehr hier hin bauen denke ich das lasse ich mir komplett offen als eingangsbereich quasi den baue ich vielleicht einfach ja vielleicht einfach hier mit rein oder ich baue mir noch einen extra lagerraum der halt da nicht ganz so groß ist wo halt nur schränke drin stehen das ist zum beispiel was was ich dann entweder hinten anschließen oder hier drüben noch bauen könnte mit diesem durchgang auf die andere seite um dann da eben ja alle meine sachen die ich gerade aktuell nicht brauche vernünftig ablegen zu können ohne dass ich jetzt in den keller rein muss zu diesen ganzen verarbeitungsmaschinen etc ich bedanke mich fürs zuschauen das nächste mal machen wir dann weiter mit dem ausbau von unserer küche schließen die ganzen geräte an verlegen die kabel und produzieren schon mal dann ein bisschen mehl öl was man alles jetzt machen können mit weizen und den sojabohnen und wenn wir da noch zeit haben dann bauen wir noch vielleicht ein paar mehr hydroponik einheiten also noch so ein paar mehr mehr beete ein paar mehr töpfe auf um auch blumen kartoffeln und das andere raffle auch noch mit anzubauen bis dahin dann macht's gut und ciao